Eine gute Nachricht an diesem Donnerstagnachmittag. Endlich sind Sie da, die Bücher zu unserer Serie, die Springfield Story schwarz auf weiß. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für all die Fanpost, die wir von Ihnen bekommen haben. Ich weiß, Sie mussten sich ja lange Zeit gedulden, aber jetzt gibt es Ihre Lieblingsserie wirklich fest gebunden. Hier stehen Sie schon, Sie können sie nämlich gewinnen. Meine Frage an Sie, erinnern Sie sich an ein Märchen aus Ihrer Kindheit? Vielleicht ist es ja das, nachdem wir eine Spielshow bei RTL Plus genannt haben. Rufen Sie uns jetzt an 0 2 2 1 4 5 und 3 mal die 4. Und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass Ihre Sterne ganz besonders gut stehen. Nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer mexikanischen Telenovela Die Wilde Rose.